Hallo wieder und ich bin heute hier im Bunker, weil ich viel Kunst interessiere und weil es verschiedene Arten und Kunst, die man erzählen kann und jede Kunst beschreibt verschiedene Geschichten, Arten und Weizen und deswegen bin ich halt hier, um euch die Geschichten zu erzählen und was sie dann jetzt auf sich zu haben können beziehungsweise deswegen bin ich halt hier. Okay, ich bin Karin Boch, Kunstführerin und bin im Bunker für Bilder anzugucken und zu sehen und zu erzählen und macht mir viel Spaß mit Frau Koroll und mit Diana und mit den anderen hier auch. Ich bin Miriam und gucke Kunstausstellungen, große Räume und einen Bunker in Köln und bin froh, wenn ich hier bin. Hallo, ich bin Christian Spürer, bin ich mal und ich bin bei der Großausstellung dabei. Das ist ja für mich hier, also das ist ja für mich in der Art richtig froh und richtig pass zu machen und so. Für mich ist alles alles gut und die Ausstellung ist ja Sommerblut, das ist ja richtig, sehr gut. Gefällt mir, macht viel Spaß und das ist von meiner Größe als euch alle. Also das Bild hat er ja ans Ende gemalt im letzten Jahr und ich finde das Bild halt echt schön, weil für mich halt wie der Fußball nicht aussieht und es hat auch viele Gebäude mit verschiedenen Farben natürlich. Und was ich halt schön finde, ist halt, was oben ist, ist halt dieser Himmel, was auf Dunkel, was halt runter in diesem hellen Wetter ist, was ich echt schön finde. Und halt unten ist das Wasser, zum Beispiel, oder was anderes ist, halt auch mit dem Sternen, was man auch sagen kann. Ich finde es halt auch schön und es ist halt allgemein einfach echt schön, was er gemacht hat. Da sind Stäbe und Fenster und Gelder und Lehrer. Und das ist schön, das Bild. Also das ist ja so bei den Bildern, also bei dem Wissen hier ist es richtig klar, dass es sehr bunt aussieht und das ist sehr gut, dass es richtig sehr cool aussieht. Und ja, bei dem Wissen sind ja so, es schwimmen also zusammen und nicht so einzelne Wissen zu schwimmen. Aber es sind mehrere Tausende Wissen, die im Wasser, also am Meer sind und im Wasser. Hier sind drei Jungen, zwei gehen auf die Seite, einer geht hier rüber, da ist grün oder weiß. Hier ist blau, der Bürgersteck und das Bild hängt sie. Da unten raucht eine Frau, vorm Haus wahrscheinlich. Und da sind drei Köpfe ausgeschnitten und das Bild ist sehr schön und da ist Gold noch drauf geschrieben. Und ich bin froh, dass ich hier bin. Hier ist schwarz, weiß und da sind viereckige Kreise drauf. Da wo der weiße Fleck ist, sind mehrere Flecken. Da, 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 da und da. Diese Kultur gefällt mir so sehr. Und das ist richtig grobe, ist der Graubbuckel. Jedes Mal kommt es nach anderen Augenwagen. Und bei den Bildern hier, wir sehen, diese sind alle mit Papier mit den erbundenen Wagen drauf. Und diese Bilder, auch so man kann niemals gesehen bei der Ausstellung, ist hier so viel Papier mit Wagen mit Glas eingefüllt. Hier sind auch ein paar andere Bilder drauf. Und das ist ja so ganz viele richtig gute Wagen sind. Da sieht es in du dir auch richtig so gut aus. Okay, also ich habe mir das Bild ausgesucht, weil die ganzen Fische im Meer halt rumschwimmen und die halt auch in verschiedene Richtungen halt schwimmen. Zum Beispiel die, die oben gehen, halt wirklich Richtung nach unten. Die rechts oben gehen, die nach unten. Die von links unten gehen nach oben und halt die von rechts unten gehen, halt nach oben. Oder beziehungsweise nach oben links, was ich halt echt schön finde. Ich glaube, Haie finde ich halt cool, weil die echt groß sind, die echt gefährlich sind. Und die einfach richtig scharfe Zähne haben. Deswegen finde ich halt echt cool. Aber zum Beispiel hier vielleicht ein Haar, vielleicht gibt es auch so Delfine, so kleine Fische. Hier haben wir vielleicht auch diese kleinen Fische. Oder verschiedene Arten und Warten von Fischen. Es gibt halt viele Leute mehr davon. Von daher. Aber ich finde einfach das Bild auch so, was ich halt echt schön finde. Das sind Quicken zwei, da ist eine Frau drauf und da ist weiß und braun und schwarz. Das finde ich sehr schön. Und dann gehen wir langsam zum nächsten. Das sind Blumen und da ist ein Gesicht drauf und das finde ich sehr schön und ist sehr, und rundherum schwarz. Und da sind Birnen und eine Frau drauf und da ist Wolle. So, und rumherum schwarz und weiß. Ich finde es auch sehr schön. Oder Pelz, das ist weit nicht flatterig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020